Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video der Nenotsu Europa-Federation. Heute zeigen wir euch einen Ganseki Otoshi. In dem letzten Video haben wir euch den Ganseki Naga gezeigt, wie der Gegner auf die Hüfte fällt und diesmal fällt der Gegner aufs Gesicht. Das heißt, wir starten wieder aus Kumiuchi, machen wieder unsere Ablenkungstechnik, gleiten wieder an den Arm entlang, rammen unsere Elle hier rein und dann gehen wir hinter ihn, halten diese Position. Wichtig ist, dass dieser Arm kurz in Augenhöhe ist, damit er nicht unbedingt sieht, was passiert. Jetzt schnelle ich mit dem linken inneren Fuß, zurückschubse dabei diese Hand weg und versuche ihn mit dem Hinterkopf in den Boden zu machen. Ja, und wie das Ganze natürlich in Action aussieht, zeigen wir euch, wer will, wieder. Ihr wisst Bescheid. Juh! Juh! Zah! Juh! Ja! Juh! Red2-Mars.